ja kann man klar hast du irgendwie die Möglichkeit das zu deaktivieren genau äh warte mal Mann wer ist da Pernuch ich hab nicht mal geschossen ach Turn Game Process, Lock Level oh cool man kann diese Winddinger benutzen vielleicht kann man sich da hochwehen lassen stimmt da steht doch einer perfekt die muss man nur umdrehen ne äh sieht nicht so aus du musst den einen nur umdrehen dann kann man den da kann man sich raufwehen lassen wo bist du? tottausend schießen oh voll ins Gesicht ey ach so ey wir schießt hier rüber wir müssen hier hochklettern hallo das ist Shadow ups au das kann man drehen ja jaja hier sind doch die Hebel ich weiß wie du das machen könnt das eventuell also entweder doch ja stimmt da wie ihr das macht ja hallo wer schießt denn da hart stopp mal Shadow und jetzt springen ist noch zu hoch das ist jetzt müssen wir also sag mal probier nur mal oder Perno ach du mal was wo soll ich denn hin einfach da auf einer vorspringen oh nein ja toll hat mich runtergeweht man muss wahrscheinlich von oben drauf ja Platz hast du fast geschafft du kannst mit der rechten rausklettern mit der linken okay ups und jetzt hat er putz gemacht jetzt musst du den Kopf finden ja tollpla wenn ich das schaffe dann mach ich ihn einfach kaputt aber wir haben keine Errungenschaft bekommen haben wir eine Errungenschaft bekommen? nein nein haben wir nicht nein du hast den Kopf nicht gefunden das Kopfstück hier bist du jetzt da oben reingeflogen oder wie? ja nein ja also ich wäre soweit geil tot soll ich ich kanns Level E starten oder? ja versuch mal ne geht nicht das ist ja kein Level ja eben ich hänge im Baum fest ich bin da festgebackt im Tannenbaum aber wir haben doch aber die die Geschenke haben schon fast den ähm die Flocke erreicht die haben das schon erreicht das ist schon oben echt? und was ist dann? ich freue jeden Tag ein Update oder? kann er ja nicht mehr erkennen wo der Kopf war ich muss die Nase suchen am besten wenn die noch irgendwo ranhängt doch der rote Punkt oder? ich hab deine Nase was ist hier Mann ist das doof weißt du wie ich mir vorkomme? wie, wie, wie in einem Film Daylight jetzt müssen wir die Opfer suchen unter dem Geröll ohje da bin ich raus ja vielleicht wird das während des events hier nichts das ist wie als ob du so ein römisches licht in der hand hast also fangen wir noch mal mit der fabrik an nein 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 ich sehe nicht runter war doch gerade okay soll man die fabrik laden ja quatsch select level kraftwerk ja genau hieß es nicht fabrik okay nee kraftwerk war ja so eine kläranlage hoffentlich ist es jetzt auch nicht in den leveln ja genau hier das war das level das war es an der anfang okay das war haben wir okay ich bin jetzt ein ninja wieso bin ich in der luft ein bisschen in die luft du stehst ja auch mal deine hand vor meinen arsch das bin ich nicht klar du hast deine hand an meinen arsch nein das ist meins das ist meint und auch bei uns geht das sieht aus ob du mir am arsch kannst ich seh's ich seh's ich seh's ich seh's du warst deine Hand auch schon, nicht? also ich kann nix machen ich hier du brumm hä wieso kannst du nix machen ja weil bei ihm ist es gefreezed warte 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 lass mir die anderen noch kommen bei ihm ist es aber gefreezed dann geh raus ich entweide dich nochmal wer hat denn jetzt schon gesaved naja die leute können nicht warten ich habe die macht was hast du denn jetzt da oben zu suchen hä? so invite friends ne ich schon achso ok ah nein so limbo wer will wer will wer will ich denke mal blau muss in rot und rot muss in blau und dann über kreuz ich habe Bäumen gegen die Wand nein nein warte 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 ich denke das muss anders, warte und kein Knick im Kabel bitte kein Knick ich glaube nein 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 ich glaube das muss da rein aber warum einfach so halt gibt es dann hier gleich einen Kurzschluss gibt es dann hier gleich einen Kurzschluss wenn hier irgendwas brennt ne ich renne weg wir haben das Level gestartet du bist ein Ninja doch ich glaube ihr könnt euch nochmal komplett neu starten na wie haben wir doch aufgehört ja ich komme aber nicht mehr rein achso hast du Spiele neu gestartet? ja jetzt bin ich raus geflogen jetzt bin ich drin jetzt hat sich wieder aufgegangen jetzt hat sich wieder aufgegangen äh startet das Spiel immer neu geht das hier mit den Kanonen wieder weiter ich bin in der Hütte tschüss die Hütte 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 du stehst nicht mehr auf stirb doch endlich stirb doch endlich aua ist ja wie bei Call of Duty hier die Hütte die Hütte die Hütte die Hütte die Hütte ja probiert doch mal den Schneemann wenn ihr wollt Scherdo wie siehts aus wie hast du den überhaupt kaputt gemacht? ich bin ich war hing dran hab einfach drauf geschossen weil ich dachte ich kann mich da nach oben schießen ach so Räppchen schieß das Geschenk runter oh falscher Weg kannst starten ich bin da Wollt ihr jetzt nochmal zum Schneemann hoch und probieren? ja ich probier's nochmal da hinten ist übrigens nochmal so ein Ventilator Ding ich weiß nicht ob der vielleicht dann mehr Schwung macht was ist denn mit meinen Armen los? ihr müsst an dem Hebel hier oh nein nein so und der andere ist wahrscheinlich zum runterziehen oder? nein nicht schießen Mann wer ist das denn hier? Shadow ich bin das gar nicht ich bin am Versuch so hau rein ganz oben wer will rein? ja ich mach Ui die Raketen werden hoch katapultiert nehm mich mit so wie komm ich da jetzt hin? hallo so einfach nur versuchen hochzusch- also versuch am besten hochzuklettern hier vorne toll ok da geht's auch wenn du es schaffst ne geht mit dem Ding ein bisschen doof schaffst du's? musst du nochmal springen irgendwie? ja nein ja das war nicht weit ey ach ich muss ja gar nicht festhalten hey und das war nicht so hart